dann gucken wir mal 13 14 15 16 17 und 18 ok wir gerade gesehen habe ich hatte 14 schon einmal durchgespielt hatte aber nur mal eben getestet ob ich durchkomme so was kann ich habe jetzt beide ja okay also wir haben das das gute portal bitte nicht okay vor gott sagen der kommt nicht weit ich habe seine schulter getroffen der kommt nicht weit ich frage mich ich bezweifle dass ich das darüber schaffen ok also ich muss definitiv auf den knopf was habe ich mir dabei gedacht hier zu ich trau mich nicht verdammt ach komm ich wollte sagen mehr als sterben können wir nicht ja verdammt ist da was ich mache das jetzt einfach so und nun hab ne idee ich werde jetzt gleich auf die plattform da drüben hüpfen und dann den den kubus einmal da durch die dinge ins durch schmeißen und dann hoffe ich dass ich vom anderen direkt portal schießen kann ich hoffe der hilft nicht weg schwein gehabt zack wir haben es geschafft level 1 besiegt errungenschaft törtchen das kriegt man wenn man zwei von den leveln geschafft hat das fand ich beim ersten durchspielen hier von testkammer 14 lustig weil es tatsächlich so ist ähm ach guck mal steht sogar drin boden ist rutschig es gibt nur eine box das finde ich lustig dass man halt hier noch achievements kriegt script advanced chamber chambers es ist schwieriger die box zu erreichen und die beweglichen plattform wurden entfernt ja aber es ist trotzdem machbar kann man 14 hier ist der boden verändert worden dann dürfen wir kommen bis bisschen schwerer aber da habe ich ein trick entdeckt sondern schießt so rum die haben wir trotzdem oben und unten und dann nutzt man die verschwindende treppe um ein bisschen auf höhe zu kommen da kommen wir sind doch coole portal user ach warte die beweglichen plattform wurden entfernt wurde gesagt na dann muss ich doch ein bisschen um strukturieren ich weiß gar nicht wie habe ich das letzte mal gemacht ich glaube so ähnlich bin ich auch einfach hier durch warte mal blau ist hier dementsprechend wenn ich jetzt orange weg schieße komme ich nicht zurück das war gar nicht so schwer nach ich bin auch dumm bitte 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 reich noch es hat gereicht also ich habe das beim anderen also bei wo ich gerade gemacht habe das level habe ich es irgendwie anders gespielt aber hat gereicht und rein in den aufzug zwei von sechs läuft ja richtig toti und dann so 15 was haben wir hier der schwierigkeitsgrad wurde erhöht um ihre reflexe und ihr kognitives problemlösungsvermögen zu testen oh gott das schreibt nach reaktionszeit 15 zur sicheren durchführung der autorisierten aktivitäten zerstören sie keine wichtigen testapparate äh hä ah warte jetzt 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 habe ich die idee ich wollte gerade sagen dass das wird warte mal blau ist dasjenige welchen also muss ich orange verwenden ich wollte sagen wenn ich jedes mal resettet werde muss es ja wirst versuch was wert ich mache das mal gerade hier das auch ach zack geht doch zur eigenen sicherheit zerstören sie keine testapparate don't tell me what to do ach du heilige okay ach verschwinden ja wenn ich durchgehe ne da ach toll dann halten die dinge auch noch nicht mal lange so geht das ich weiß nicht warum manchmal spackt die gpu rum naja mal gucken äh wie jetzt soll ich jetzt so darüber hüpfen oder wat ach das kann ja heiter werden ernsthaft jetzt manche objekte sind wichtig für ihren erfolg zerstören sie keine testapparate wichtig für den erfolg vor allem äh puh ja mach ich das jetzt orange da rein und versuchen rüber zu hüpfen wa nicht so blöde ist ja auch ich kann ich kann das portal nicht doch klar klar kann ich drehen ach mensch warte mal ich kann doch so das portal nutzen dann fliege ich doch gerade aus dann müsste ich doch theoretisch nur das zweite portal da runter setzen uah auch den kopf gedreht und müsste ne hä ich muss genug schwung aufbringen um da hoch zu kommen warte mal vielleicht so ne ja aber garantiert nicht mit der drehung warte mal da muss ich aber so rum rein oder uah nein 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 verdammt ich war nicht drauf ein ja gersen ich war nicht drauf eingestellt ok nein ich war einfach nicht drauf eingestellt in dem moment jetzt rüber hüpfen zu müssen deswegen ich das ein bisschen verschiesel diesmal klappt es nicht auch toll gersen das muss doch gehen ich meine klar geht das aber jetzt ist ja nun mal advanced ne ernsthaft ernsthaft oh man ey so jetzt bin ich faul hier dann machen wir das einmal so nein falsche richtung verdammt nochmal weil es so schön war dann klatscht das ding halt an die decke ey ist mir auch egal zack viel spaß da oben aber das wäre jetzt so die einzige idee wie ich noch worüber käme ja 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 das sieht gut und das sieht gut aus hä ok die haben eine extra wand da reingebaut hm äh ja das war so jetzt nicht gedacht ja das hat gereicht äh ja das hat gereicht الف auch mit dieser grube ja wow wie schnell die Plattformen auf einmal sind. Krass. Wichtiger Test-Aberhard zerstört. Oh, wie gemein. Nur die Decken sind nutzbar. Ach, wie fies. Okay. Ging aber. War machbar. Ach ja. Ich wollte gerade sagen, wo ist die Plattform? Da war sie. Wo ist die Plattform? Da ist die Plattform. So. Souverän gemeistert hier. Weiter geht's. Geht doch. Geht doch ganz gut. Bienenstich. Ah, okay. Ja, wir kriegen jetzt verschiedene Törtchen- oder Kuchennamen. Auch cool.